Hallo ihr Lieben, wir spielen heute Kinect Sports Rivals auf der Xbox One. Ja, ich werd dich fertig machen. Wir werden euch zeigen, wer hier der Pro ist. Wir müssen aber erst mal so Avatare anlegen, die dann auch so aussehen wie mir. Und das Ganze wird dann hier durch diese Bewegungssensoren gespielt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich möchte bitte so eine coole sein. Oh, da kann das im Topf passen. Boom, 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 boom. Boom, 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 go. Gar nicht so einfach. mal kurz die Hand jetzt kurz… first. Hey, du hast gewonnen. Mann, guck, wie traurig ich bin. Kuck macht genau das Wurde gemacht. Mensch. Also man muss anscheinend sehr ruhig sein bei diesem Spiel, das bin ich nicht. Ich habe versucht gegen den Totenkopf zu treffen, also daneben. Ja, also ich habe verloren. 4200 zu 1775. Maurice, du bist der Xbox One Kinect Sports Rivals Sieger im Zielschießen. Herzlichen Glückwunsch und da ich wusste, dass ich schlecht bin in Zielschießen, habe ich natürlich dir hier schon mal was gebastelt. Ich möchte meiner Mutter danken, ich möchte der Xbox danken, dass sie mich so gut erkannt hat. Ich möchte dir danken, dass du absichtlich so schlecht gespielt hast. Absichtlich habe ich so schlecht gespielt. Der Preis ist auch für dich. Aber ich muss sagen, mein Avatar ist sehr gut betroffen und ich fand das sehr krass. Ich hätte es gerne zu Hause, ehrlich gesagt. Ich hätte es auch gerne. Und dann könntest du bei mir ins Training kommen. Also ich würde sagen, alles schön und gut, ne? Aber jetzt gibt es das Ladies-Duell. Ich spiele jetzt gegen Toni Bowling. Ja.